Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Long War. Wir sind hier bei unserer Base Attack und wollen mal langsam vorrücken. So, ich weiß nicht, ob du hier drüber gucken kannst, ob unser Sniper da drüber gucken kann über die Dinge. Ich glaube nicht. Oh, da ist ein Loch drin. Gut zu wissen. So, du... Und du... Okay. Okay. So. Ja, Cyberdisk wissen wir schon. Auf dieser Seite. Das ist doch schon mal gut. Zu wissen. Meine wissen natürlich nicht, ob das die Cyberdisk ist, die wir da hören, aber... Ja, ich weiß nicht. Das war's für heute. Okay, jetzt sind sie hier. Okay. Ja, gut, dann gucken wir mal nach. Guten Tag. Okay. Okay. Okay, wie viele Wunderkugeln haben wir denn noch? Äh, du hast gar keine... Wo? Ach, da bist du. Nur noch zwei. Ich sehe irgendwo hinter... In irgendeinem Grund ist das keine Falle Deckung. Okay, da kann man saubern. Okay, da kann man saubern. Behalten wir dich erstmal noch da in der Hoffnung, dass du da vielleicht durchgucken kannst oder hingucken kannst. Ich bin allerdings nicht sicher, wenn ich mir allerdings nicht sicher bin. So, du bist, äh, seid ihr ja beide also für die Hinterreihe gedacht. Und du eigentlich auch. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist nicht alles. Äh, das ist wieder diese Blöderzente hier. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Okay, du siehst nichts, dann würde ich sagen... Cooling my jets. On my way. Bego! Möchtest. Nöchtest. Okay, failed. Sehr gut. Du bist dazed. Das ist nicht gut, aber immerhin. Achso, das konnte ja gar nicht klappen, weil du ja den Aluhut eingebaut hast. Okay, gut. Das hätte schlimmer kommen können. Aber einer ist noch, ne? Okay. Okay. Nice. Wunderbar. Okay, wollen wir den gleich umpupsen? Einen Hitpoint hat er noch? Ich meine, was sollen wir mit dem machen? Gefangenen brauchen wir nicht. Äh... Okay. Wann kommst du mit der Psy-Inspiration? Ach, come on. Nicht ganz... Unterwegs. Unterwegs. Heading for that location. Jetzt reiß ich mal zusammen, ne? Ja. 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 Ja, na ja. Das ist sicher. Ja. Das ist sicher richtig. Je geh euch los. Ja. Ok, du bist für das. Ich bin der Sektor. Okay, die müssen wir da auch mal ein bisschen näher rankriegen, damit wir irgendwie ein bisschen zur Not mit Granaten arbeiten können. Könnte mal jemand Reaction Shot machen, bitte? Hallo? Sollte, fuhre. Sollte, fuhre. Sollte, fuhre? He's down. Overwatch, aye-aye. Roger. I've got my eyes on. Moving to Overwatch. Okay. Hey. Feldpfosten, verstanden. Okay, noch den Kopf runter. Okay. Okay. I'm on the move. Vier. Wir sehen einen. Das ist ein bisschen wenig. Sieht den noch irgendwer? Du wirst ihn nicht sehen können. Du wahrscheinlich auch nicht. Doch. Okay, na gut. Okay, was hast du jetzt kaputt gemacht? Deine Deckung? Nee, nur zum Teil. Das ist gut. Das ist gut. Du mal den Kopf runter. Wartet mal ab. Kommt der jetzt von hier? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, hi. Du stehst da vorne. 27 Prozent, ne, hier kann man treffen. Geht. 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 Wieder zu weit weg. Okay. Scanner. Turn four. In Bewegung. Immer wassam, Commander. On the move. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin nun. Ich bin schon da. Nein, nein, nein. Also dich mögen sie irgendwie Okay Mach die mal Ich meine auf Dauer sind Sektorits auch lästig Das sehen wir jetzt Ja Dann kümmern wir uns jetzt mal hier um unseren Matschbreigen. Oh ja. Es ist nicht mehr so ganz okay. 10.4 Got it. Zodou. I'm on the move. Ich mache mich los. Halten wir es an. Lauf, 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 lauf. Feldpfosten, verstanden? Auf Overwatch. Okay, dein Will ist wieder ein bisschen besser. Ah, keine Güte. So. Und dann gehe ich irgendwo hin in Deckung. Gut, du gehst. So. Racktab, bang. Duh. Duuuhhhh... Könnte es eigentlich auch noch nach hier... Begur! Bewegung, Bewegung, Bewegung! So, hören wir mal von irgendwo was? Okay, ja, das sind die beiden da drin, okay. Also die beiden Seiten. Muss ja nicht an beiden Seiten wirklich auch Aliens sein, aber da sind ja gerne welche. Ohhhh! Ah, 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 okay. 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 Moving out. Okay. Okay. Ne, dann wollen wir mal schauen, wie wir das... Ha! Hei, der Witzker! Okay. Also, ich würde sagen, hier arbeiten wir gleich mal mit noch einer. Nimm das! ... ... ... ... ... ... Aye, aye. Okay, number one. Aye, 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 aye. Moving. Bye-bye. 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 Okay. So, du komm mal bitte hier... Ach, komm das noch nicht ganz hin! Ein perfekter Sch... Okay, du kommst... Also mal bitte... Na, das war ja mal eine Elite-Überraschung. Ja, der andere dürfte nichts machen, weil er geasseted ist und nur noch einen Hitpoint hat. Mmh-hmm. I feel you... I feel you... I feel you... Ich überlege, ob ich versuche, daraus zu capturen. Ah! Der ist noch für eine Runde gelockt. Immer... Ja. Den müsste ich besser sehen können. Den kann ich nicht sehen. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Vielen Dank. Heading there now. Eine Runde Asset müsst ihr noch haben. Meine vorausgesetzte Panic funktioniert. Nice. Oh, ach, du hast ja gar kein Ding mehr. Ich brauche es gar nicht. Okay. 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 Auf der Weg. Oh, ja. Auf der Weg. Okay. Den haben wir gepanickt. Der dürfte nichts machen. Okay. Auf der Weg. Das ist ein... Ja, du bist gelockt. So, jetzt ist Asset weg. Jetzt bist du nicht mehr gelockt. Das heißt, jetzt müssen wir dich einsammeln. Okay. 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 Einer von vier. Jo. So. Ziel langgelegt. Okay. 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 Jetzt bitte keine Überraschung durch die Cyberdisk. Wow. Das war... Das war großartig. Ich meine, das ist das Schöne an diesem Spiel, dass es immer mal wieder solche absurden Momente gibt. Wie viele waren das? Sechs? Oder... Ja. Sechs, ne? Sechs Elites. Vor allem, es waren nicht wie sonst... Ich glaube, das ist der erste Sechser-Elite-Pod, den wir gesehen haben. Ne? Ich meine, wir hatten mal einen oder zwei und dann der Rest normale Mutons oder mal zwei Berserker dazu. Aber... Das waren nur Elites, ne? Da waren keine... Das waren nicht aus... Das waren nicht nur irgendwelche Berserker, die ich für Elites gehalten habe, oder? Ne? Ich glaube, das waren alles Elites. Das war ganz schön eindrucksvoll. So. Und so eindrucksvoll, wie das war... Okay, das müssen wir uns jetzt gut überlegen, wie wir das hier machen. Hier haben wir... Wir haben noch... Wir haben noch zwei. So wie gesagt, der ist besser. Ich bin schon da. Da ist schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da, Kommander. Okay. 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 Du hast da deine Schuldigkeit getan. Du kommst zurück. Du kommst vor. Nein, lieber Mann. Das ist großartig. Okay. Du bleibst da. Du. Ich habe keine gute Position. Also komm mal besser nach hier. Okay. Können wir dich irgendwo parken? Puh. Okay. Okay. Das war jetzt aber das, was ich glaube, was es war. Das war definitiv eine Stimme. Und das bedeutet, wir haben einen neuen Boss. Und wir haben, werden hier eine Gruppe haben. Wahrscheinlich zwei Cyberdiscs, würde ich mal schätzen. Also ich würde sagen, wir haben hier zwei Gruppen. Wir haben bisher erst 22 Aliens gekillt. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Und wir haben ungefähr die Hälfte der Karte. Also hier sind definitiv noch zwei Gruppen, würde ich sagen. Dann ist hier noch eine Gruppe. Und dann sind hier drei Gruppen. Naja. Da sind drei Gruppen. Vielleicht ist hier auch nur auf einer Seite was. Also da müssen wir vorsichtig sein. Wir haben noch, um das mal zu checken. Dünn, dünn, dünn. Battlescanner Situation. Drei Stück? Okay. Drei Stück. Gut. Ja. Also ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen wieder beruhigen. Das war extrem aufregend. Spaßig, aber sehr anstrengend. Wieder etwas runterkommen. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit diesem Raum. Und es wundern mich, dass wir den Kollegen schon gehört haben. Es sei denn, ich habe ihn schon wieder falsch identifiziert. Also das klang mir sehr nahe. So. Jetzt nenne ich es beim Namen. Ich nehme an, das ist der Commander. Da hinten. Im letzten Raum. Aber das sehen wir beim nächsten oder übernächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt es erstmal diesen Raum. Wahrscheinlich mit einer Gruppe von Cyberdests. Okay. Ja. Dann nach diesen... ... ... ... ... ... Das war ich großartig. Sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit mehr Longbow. Bis dahin. Tschüss. So. 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 So.